Musik Herzlich Willkommen meine Freunde zur letzten Ausgabe von WCW Monday Nitro Vor unserem ersten Pay-Per-View am Sonntag geht es los mit Bash at the Beach Unsere erste Großveranstaltung Ich bin gespannt, ob ich die vernünftig repräsentieren kann Und wir starten jetzt so gleich mit der nächsten Show Monday Nitro Eine Show Thunder kommt noch dazwischen Am Donnerstag sollte es dann soweit sein Wenn es denn so kommt, wie ich das gerne möchte Und ja, los geht's Erste Angle Wir sehen Ric Flair Die Show beginnt natürlich Mit einer Eröffnungsrede von Ric Flair Dieser hebt noch einmal die beiden Halbfinalmatches des World Title Turniers hervor Heute Abend wird der Main Event von Bash at the Beach bestimmt Vader trifft auf Rob Van Damme Und MVP hat es mit CM Punk zu tun Das sind unsere beiden Main Events heute Wieder eine Art Doppel-Main Event Und ja, das war's eigentlich schon Ja, man kennt das ja beim Wrestling Diese Eröffnungsrede immer am Anfang der Shows Diesmal geht es um den Doppel-Main Event heute Abend Aber das ist nicht alles, was wir heute Abend Wenn ihr es denn abends guckt Heute Abend bei Monday Nitro Und er heizt natürlich die Fete nochmal ein bisschen an Alles gut B84er Rating ist stark genug für die Eröffnungsrede Und wir springen zum ersten Match heute Abend Und zwar Sabu gegen Alex Wright Es geht 6 Minuten 32 Der Arabian Facebuster entscheidet das Schicksal von Alex Wright Der immer noch unterdurchschnittlich schlecht performt Ich weiß auch nicht, wie ich den so schnell hinbekommen soll Also in dieser Form kann ich schon mal vorweg nehmen Ist Alex Wright kein Kandidat für Bash at the Beach Sabu allerdings hat hier ordentlich performt Hat damit noch ein D-Plus Rating reingeholt Fast sogar ein C Ich glaube bei 50 wäre es ein C Ja, C- Aber Seistum, als Opener war das okay Und das nehmen wir so mit Wir haken das Ding ab Sabu mit dem nächsten Sieg Der zweite in Folge bei ihm Und Alex Wright mit der Ich glaube zweiten Niederlage in Folge Aber ich bin mir da nicht sicher Trotzdem Sehr, sehr schlecht performt Alex Wright Und ich hoffe, dass wir ihn hinbekommen Denn er soll ja dieses Elias Samson Gimmick bei uns verkörpern Dieses Lone Wolf Gimmick Ich bin gespannt, ob wir ihn aufpäppeln können Und wir sehen natürlich hier 35.818 Zuschauer So viele Views hätte ich mal gerne auf das Video Aber die Halle ist ausverkauft Oder so gut wie ausverkauft Wieder hervorragend gebuckt Die Halle von der Größe her Und wir gehen weiter Du hältst den Mund Ins nächste Match direkt Kein Segment Es geht weiter mit dem zweiten Match Und zwar ein Tag Team Match Ryuji, Hichikata und Silva Grenier Gegen Ted DiBiase Jr. Und Heavy Metal Heavy Metal in der letzten Ausgabe von Nitro Ist er ja debüt Äh, debütiert Und wir sehen Ted DiBiase Jr. und Heavy Metal Besiegen Hichikata und Grenier Auch nach 6 Minuten 32 Das Match geht exakt genauso lange Wie der Opener Und Ted DiBiase kann Grenier Nach dem Dream Street pinnen Insgesamt War Heavy Metal sogar am schlechtesten Und Grenier wieder überragend performt Ich glaube der Junge Äh, macht sich langsam Auch wenn er Regelmäßig seine Matches verliert Aber von der Performance her Ist Silva Grenier Die letzten Wochen Echt immer am besten gewesen Aber Ted DiBiase Und Heavy Metal Können hier den Sieg holen C65er Rating Sehr gutes Match Schöner Ja, Pre-Opener Zweite quasi Und wir gehen zum nächsten Segment Ein A94er Rating Sting und Ryback Was ist da denn los? Ryback ist heute ein prominenter Gast Beim Chairman der WCW Er erklärt dem Stinger Dass er gerne als Tag Team Wrestler Fuß fassen möchte Im Grunde hat Sting damit kein Problem Die WCW kann ein paar gute Teams gebrauchen Das Problem ist Ryback hat keinen Partner Die Zusammenarbeit Mit Swagger trug keine Früchte Wenn Ryback als Also einen Partner findet Dann darf er auch gerne In die Tag Team Szene Doch wer könnte sich Mit Ryback zusammenschließen? Das ist eine durchaus berechtigte Frage Aber wir sehen Okay, Ryback Möchte gerne in die Tag Team Richtung Also mit Jack Swagger Wird er auf jeden Fall Nicht nochmal zusammen Im Team antreten Das hat ja überhaupt nicht funktioniert Die Niederlage Gegen die Brisco Brothers Tut ihm wahrscheinlich Immer noch ein bisschen weh Und jetzt liegt es an Ryback Dass er einen Partner findet Und vielleicht Kann er ja tatsächlich In der Tag Team Szene Fuß fassen Wer weiß Auf jeden Fall ein sehr gutes Angle geworden Gutes Rating Und man darf gespannt sein Wie es mit Ryback weitergeht Als nächstes sehen wir Cody Rhodes Gegen Kalito Das Rückmatch Cody Rhodes Bekommt seine Rache Aber das Match An sich war nicht so stark Beide haben mittelmäßig performt Und Cody Rhodes Könnte Kalito besiegen Nach 9 Minuten 23 Nachdem Kalito Sich absichtlich Hat auszählen lassen Also Kalito Ist einfach gegangen Nach 9 Minuten Und denkt sich Okay Tschüss Das war's Vielleicht war er auch Gerade am verlieren Und er lässt sich einfach Auszählen Und verlässt den Ring Das ist ein Abgang Ohne Stil Cody Rhodes Gewinnt natürlich Dieses Match Aber das kann nicht Der Anspruch eines Cody Rhodes Sein Normalerweise kann das auch Nicht der Anspruch Eines Kalito sein Aber Naja Er hat sich einfach Auszählen lassen Schwache Darstellung Kalito Schwache Leistung Cody Rhodes Ja Ob er damit zufrieden Sein wird Ob er seine Rache Damit als beglichen sieht Kann ich mir nicht Vorstellen Und als nächstes Sehen wir Ric Flair Und ein 100 A Mit Sternchen Ein Traumsegment Ric Flair Betritt noch einmal Unter Applaus Dem Ring Wir bewegen uns Auf die erste Großveranstaltung Der WCW zu Und das Nach über 16 Jahren Es dürfte klar sein Dass es dort Nicht nur um den Damen Und den World Titel Gehen wird Es werden auch Der Television Title Der United States Title Und der Tag Team Titel Auf dem Spiel stehen Denn auch wenn wir Uns dazu nicht geäußert haben Wir beobachten Jedes Match ganz genau Jedes Talent da drüben In der Umkleide Haben wir auf den Zettel Diejenigen Die uns am meisten Überzeugt haben Werden auch ihre Chance Erhalten Die Fans sind aus dem Häuschen Dass alle Titel Beim Pay Per View Vergeben werden sollen Das ist auf jeden Fall Mal eine sehr coole Ankündigung Das heißt Bei Bash at the Beach Wird es nicht nur Die sowieso schon Von vorne herein Klaren Titel Matches Um den World Und Damen Titel geben Nein Der TV Der US Und der Tag Team Titel Werden ebenfalls vergeben Bei der Großveranstaltung Und wir dürfen alle Gespannt sein Wie viele Tag Teams Sich auf einmal Zusammenschließen werden Denn offiziell Gibt es im Moment Nur die Brisco Brothers Ja okay Und Sabu Zusammen mit Rob Van Dam Aber Ansonsten Vielleicht wird es auch Nur ein normales Tag Team Match Um den Titel Wer weiß Television Titan US Title Wie das aufgesplittet wird Das wird sich schon Sehr bald zeigen Denn am Sonntag Ist es ja bereits soweit Der Bash at the Beach Steht an Nur noch eine kleine Thunder Show Dazwischen Und diese Monday Nitro Show Wir springen Zum nächsten Punkt Und da haben wir schon Das nächste Ding Austin Aries Gegen Raven Klar Es ist eine Dreierfäde eigentlich Austin Aries Raven Und Wade Barrett Die beiden sind sich aber In die Quere gekommen Da das Eingreifen Von Raven schief gegangen ist Jetzt treffen sie aufeinander Das Match an sich War nicht wirklich so gut Das ist ein bisschen Schade Und wir sehen Das ist ja Blablabla Raven besiegt Austin Aries Nach 10 Minuten 29 Durch Pinfall Nach dem Raven Effekt Und das nur Weil Daphne Eingegriffen hat Ja jetzt Ich weiß nicht Wie gut ihr euch Mit der WCW Vergangenheit auskennt Aber Daphne hatte schon Früher mit Raven zu tun Die waren schon Auf einer Seite Und offiziell Sehen wir hier Daphne Debütiert mit ihrem Gothic Gimmick Passt natürlich zu Raven Und durch das Eingreifen Von Daphne Konnte er erst Den Raven Effekt Einsetzen Das heißt Es war ein Geschummelter Sieg Von Raven Was natürlich auch Ein bitteres Ding für Austin Aries ist Das kann So nicht enden Da sind wir uns Doch alle einig Also das war mit Sicherheit Nicht das letzte Aufeinandertreffen Beide haben gut Performt Leider ist das Rating Trotzdem schlecht Warum auch immer Hier sehen wir es auch Raven und Daphne Charismatisch Great Chemistry Das bedeutet Sie Ja Passen sehr gut zusammen Da habe ich mal wieder Meine Qualität Als Eigentümer Der WCW Gezeigt Und die beiden In ein Wrestler Manager Verhältnis Gesteckt Und es hat zum Sieg Geführt Und natürlich Das Debüt Von Daphne Darf man auch nicht Irgendwie Zur Seite kehren Weiter geht es dann Mit einem Interview Und da haben wir Christy Hemi Die Kalito Interviewt Kalito ist bei Christy Hemi zu Gast Und muss sich Einige unangenehme Fragen wegen Seines absichtlichen Auszählens gefallen lassen Doch Kalito Bleibt gewohnt Großspurig Weißt du Christy Süße Dabei streicht er ihr Über die Wange Cody hat nie eine Chance Er hatte nie eine Chance Und wird auch nie Eine haben Ich habe mich dazu Entschlossen Mich auszählen zu lassen Weil Rotes Es nicht wert ist Gegen ihn zu kämpfen Soll er doch froh sein Über seinen Größten Karriere Erfolg Ich hätte Ich hätte ihn auch Eiskalt abfertigen können Der gute Cody Wird nie aus dem Schatten Seines Vaters Und seines Bruders Hervortreten Mit dieser Deutlichen Ansage Beendet Kalito Auch das Gespräch Das sind schon Markige Harte Worte Von Kalito Der Bruder Vielleicht hätte Cody Nash auch wieder Und Nash Ja mit dem Ersten Sieg Bei WCW Weiter geht es Und hier ist schon Das nächste Interview Zu Gast bei Christy Hammy Haben wir nun Wade Barrett Dieser ist sichtlich Amüsiert über die Konstellation mit Raven und Austin Aries Weißt du Christy Die beiden wollten Unbedingt Jagd auf mich machen Weil sie fürchten Ich würde sie verdrängen Aber jetzt ist es Soweit Dass sie Dass sie ihr Ziel Aus den Augen Verloren haben Und sich gegenseitig Bekriegen Zwischendurch Fängt er immer wieder An zu kichern Auf einmal Kehrt sogar Daphne an Ravens Seite zurück Das könnte Wirklich noch Lustig werden Also klare Worte Auch von Wade Barrett In die Richtung Raven und Aries Der sich ein bisschen Darüber lustig macht Denn beide hatten Ihn ja als Ziel Auserkoren Und jetzt gehen sie Sich gegenseitig An die Gurgel Mit Noch mit Unfairen Siegen Also es ist Nicht mehr Eine 2 gegen 1 Sondern eine 1 gegen 1 Gegen 1 Situation Eher Und das war Ein nettes Interview Gutes Rating Bekommen Und bringt Unsere Storyline Auch ein Stückchen Voran Und dann sehen wir Im Backstage Bereich Hier hinter den Kulissen Sehen wir Ryback in seiner Kabine Wie ein Tiger In Ketten Läuft er auf und ab Dabei redet er Immer wieder mit Sich selbst Einige Wollte ich schreiben Ja Ich tipp das immer Sehr schnell ein Also Schreibfehler Sind vorprogrammiert Einige Worthäppchen Kann man verstehen Sowas wie Soll das das Ende sein Brauche einen Partner Der nächste Schritt Da macht sich jemand Wirklich Gedanken Über seine Tag Team Karriere Und das ist auch gut so Denn Single mäßig Ja ist er einigen Überlegen Aber ganz oben Im Titelrenn Ist er nicht dabei Und warum nicht mal Als Tag Team probieren Allerdings Ja man sollte schon Einen Partner haben Denn alleine Handicap Matches Bestreiten die ganze Zeit Wird nicht gut gehen Das ist natürlich Ein netter Blick Hinter die Kulissen Der ist nicht extrem Erfolgreich Aber auch das Treibt die Suche Für einen Partner Nach vorne Weiter geht es dann Mit unserem ersten Von beiden Main Events MVP gegen CM Punk Und CM Punk Setzt sich hier durch Mit dem Anaconda Weiß Und MVP Gibt auf Nach 11 Minuten 32 Das bedeutet Der erste Teilnehmer Des Bash At The Beach Main Events Ist CM Punk Der eine grandiose Vorstellung Abgeliefert hat Auch MVP war gut Ein sehr sehr gutes Match abgeliefert 74er Rating Ist okay Ja die beiden Können es sicherlich Noch besser Und MVP ist ausgeschieden Das ist bitter für ihn Aber Zeit sich auf was anderes Zu konzentrieren Denn der Zug Ist erstmal abgefahren Ja es ist nicht Komplett abgefahren Aber fürs erste Sollte man hier Vielleicht sich anders Orientieren Und es ist dann Natürlich auch Zeit Jetzt ins nächste Segment zu springen Ich weiß gar nicht Ist das schon Der Main Event Ist das schon Vader gegen Rob Van Dam Wird es also Das Main Event CM Punk Gegen Rob Van Dam Oder CM Punk Gegen Vader geben Das entscheidet sich Im nächsten Match Und es ist leider Nur ein C64er Rating Geworden Weil Rob Van Dam Etwas schwächer Performt hat Und es wird Vader Denn Vader besiegt Rob Van Dam Mit dem Vader Salt Dem Moonsault Vom obersten Seil Das plättet natürlich Auch Rob Van Dam Nach 10 Minuten 23 Und damit steht der Main Event Und zwar vom Stinger Sting hat hier noch Eine Ankündigung zu machen Zum Ende der Show Betritt die Ikone Den Ring Er verkündet Dass er sich riesig Über den Main Event Bei Bash at the Beach Freut Wo Vader Auf CM Punk Treffen wird Und es um den World Title geht Außerdem kündigt er Ein großes Tag Team Titelmatch an Da möchte er aber Noch nicht zu viel verraten Nur Das folgende Team Bereits heiß Ist auf die Chance Und das ist mal Ein richtig Starkes Comeback Die Dudley Boys Da tauchen die Überraschend Die Dudley Boys auf Sie kommen mit riesigen Getöse zum Ring Und das Publikum Brüllt We want Tables Nach einer Brandrede Wird erst deutlich Wie viel Feuer In den beiden noch brennt Und jetzt wird uns auch klar Mit wem Ric Flair Das letzte Mal Am Telefon verhandelt hat Wir erinnern uns zurück Ric Flair Hat da mit irgendjemand Aufgeregten telefoniert Und später noch Zu Sting gesagt Dass man sich Auf Ric Flair verlassen kann Wenn es um Verhandlungen geht Und hier sehen wir Mit wem Ric Flair gesprochen hat Die Dudley Boys Sind zurück Und sie werden Beim Tag Team Titelmatch Teilnehmen Im Moment sieht es so aus Als würden die Brisco Brothers Auf die Dudleys treffen Wenn nicht noch Irgendwas passieren wird Und ja Das ist auf jeden Fall Krass Hier sehen wir natürlich Debüt Von D.Von Dudley Debüt von Baba Ray Dudley Und ein B80 Rating Das kann sich doch Sehen lassen Sehr sehr schön Freut mich Dass es geklappt hat Und wenn alles geklappt hat Ist das Bild Nicht einfach nur umgesprungen Sondern auch Das schöne Intro Von den Dudley Boys Mit drin gewesen Da muss ich immer aufpassen Wegen Copyright WWE ist da ein bisschen streng Kann also sein Dass manchmal was schief geht Und ja Das war die Show Und mit C plus 66 Beenden wir Nitro Wir hatten sogar Ein hunderter Segment dabei Es war eine solide Show Leider Alex Wright Natürlich hier Das mieseste Match hingelegt Also das Ich verstehe es nicht Ich verstehe es echt nicht Was mit dem los ist Aber C plus 66 Ist okay Keine grandiose Show Aber immerhin eine gute Show Wir werden mal sehen Ich habe euch noch was zu zeigen Bevor wir diese Ausgabe beenden Und zwar nicht nur die Wunderschöne Naomi Sondern auch etwas Was unsere Liga betrifft Erstmal werden wir natürlich Jetzt wieder genervt Weil wir Irgendwelche wichtigen E-Mails haben Das ist aber normal Dass wir wichtige E-Mails haben Denn wir stehen hier Im Mittelpunkt des Wrestlings Nein Wollen wir nicht Wir wollen hier Oh Hier sehen wir es Impact Fire Äh Du 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 Ehrlich? Also es war kein Impact Sie haben anscheinend Gail Kim Rausgeschmissen Irgendwo Und das wäre doch Ganz gut Sie hat keine Verletzungen Und tatsächlich, sie ist nur noch bei Ring of Honor unter Vertrag Aber nicht mehr bei Impact Wrestling Hier sehen wir den Monday Night Krieg C66 gegen B77 Oh, da haben wir aber richtig auf die Mütze bekommen von Raw diesmal Die haben hier eine deutlich bessere Show an den Tag gelegt Und wir sehen natürlich hier, bei wie vielen TV-Sendern die sind Das ist unglaublich So eine Spannweite haben wir noch gar nicht mit Raw Und New Japan war auch sogar besser als Nitro Ich persönlich fand unsere allerdings sehr nice Und was ich euch zeigen wollte, ist nämlich hier, wenn man an der Seite guckt Ähm, Development Wir sehen hier Development Und dann WCW YG Das steht für WCW Young Guns Denn ich habe eine Development Liga eröffnet Also quasi ein Performance Center Sowas wie NXT bei der WWE ist Das ist Young Guns bei der WCW Und da haben wir diese Wrestler bereits unter Vertrag genommen Billy Sweetie oder Südi oder wie man ihn ausspricht, weiß ich nicht Auf jeden Fall ein Wrestler Hier sehen wir, die haben schon Talent, die ich verpflichtet habe Decent Pratt habe ich noch mitgenommen Auch ein guter Power Wrestler Der ist erst 30 Er ist 34, also noch recht jung für Wrestler 30 Donovan Dijak oder Dijak oder wie man ihn ausspricht Ich weiß es nicht Auf jeden Fall sehr, sehr talentierte Wrestler Max Angeles, auch ein sehr talentierter Mann Dann Rain, eine sehr talentierte Frau, wie man sieht Extrem gute Ratings Also das sind auf jeden Fall, die solltet ihr euch merken Denn solche Wrestler können durchaus Ähm, auch Robert Evans Können durchaus irgendwann mal in die Hauptshows sein In den Hauptshows sein Oder mal zwischendurch so One Night Only Shots bekommen Da werden sie wahrscheinlich verlieren, aber Nicht, dass ihr euch überrascht zeigt Die sind tatsächlich bei WCW unter Vertrag Allerdings im Young Guns Performance Center Takuya Suki Den habe ich ewig gesucht, weil ich seinen richtigen Namen nicht kannte Ich kenne ihn eigentlich nur als Yoshitsune Und das ist ein überragender Highflyer Da könnt ihr auf YouTube mal Yoshitsune suchen Der geht richtig ab im Ring Und natürlich The Amazing Red Damals noch bei TNA unter Vertrag Jetzt vertragslos gewesen Direkt bei Young Guns unter Vertrag genommen Also wir werden uns natürlich auch darum bemühen Früher oder später eine Cruiserweight Szene aufzubauen Das aber sind auf jeden Fall die Young Guns Wrestler Und ich dachte eigentlich Dass ich bei, genau, bei Development Nee WCW Young Guns, okay Irgendwo dachte ich, könnte man das sehen Wer fürs Booken uns so zuständig ist Denn normalerweise Normalerweise, normalerweise, normalerweise Oder war das Figurehead? Nein, das habe ich noch gar nicht rausgefunden Was das überhaupt ist Ähm, Schedule, Schedule, Schedule ist es auch nicht Äh, bla 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 Ja Ich weiß es nicht Oh, Child Companies Ja genau, Child Companies Das ist es WCW Young Guns Äh, Young Guns Child Young Guns Child Company Ähm, Stuff können wir sehen Und da haben wir als Eigentümer Den Ultimo Dragon eingestellt Und als Booker Tommy Dreamer Die beiden Kennen sich mit Talenten extrem gut aus Die beiden kennen sich im Wrestling extrem gut aus Und deswegen übernehmen die beiden auch die Verantwortung Für unsere, ähm Ja, unsere Nachwuchs Unser Nachwuchs Center Das Roaster haben wir schon besprochen Und es gibt natürlich zwei Titel Young Guns Women's Title Der sieht sehr, sehr schön aus Und der Young Guns Title Das ist der, der für die Männer ist Ein Tag Team Title gibt es noch nicht Vielleicht wird der irgendwann eingeführt Das soll es dann aber auch gewesen sein Mit dieser Ausgabe von Monday Nitro Ich hoffe es hat euch gefallen Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Wir sehen uns bei Thunder am Donnerstag wieder Ring dir hauen Bis zum nächsten Mal